Was, ich muss dich einladen sollen. Bist du noch nicht online? Leave me a second. Nein. Jetzt will er aber noch Sekunden Zeit haben, meine Güte. Ja, jetzt bin ich online. Ich muss aber auf das Spiel starten. Also das Spiel startet gerade. Warum sind diese Intros immer so lange? Mist, hier hat Martin die Hendry. Hendry. Die Hendry. Die Hendryette. Jetzt kannst du mich einladen. Nee, ich kann nicht mehr. Okay. Tschüss. Tschüss. Wenigstens war er noch sofort, ich habe Tschüss gesagt. Ja. War left. So wie sie es gehört. Mach nicht die Pau. Ich bauch heute mal aus dem TS immer ab. Tschüss. Kein Tschüss mehr, einfach nur. Raus. Hallo Highspeed. Zeit ist Geld, ja. Nee. Zeit ist Lebens. Zeit ist Lebens. Dings. Oh Sinners. Hast du gelesen, was die Indy geschrieben hat? Dave? Nee. Erst zu spät kommen und dann Zeit haben wollen. Jetzt geht es mal hier ab. Raus. Es war auch gerade ärgerlich. Wir haben wirklich zwei Teams rausgenommen. Plus das Team, was neu im Haus war, was auf uns geschossen hat. Das hat sich dann oben noch mit einem anderen Team geärgert. Und dann kommt noch das letzte, langsamste Team. Und, also mein Kill war ja irgendwie dann, ich sag noch zu Benni, stell dich nicht so dahin, ich könnte dich abschießen. Dann geh ich genau an die gleiche Stelle und loote auch noch den Jäger. Und dann hat er mir den Hinterkopf gegeben. Dieser blöde Sheriff. Und der Stunde benutzt, gleich mein Trinken wieder nachgefüllt. Es waren halt zwei. Also der, der Dings hat mich einmal getroffen. Der Sheriff? Der Sheriff. Und dann halt der Pest-Arts hat mir mit der Pistole den Rest gegeben. Ich hatte ja bloß noch 50 HP oder so. Der Pest-Arts, wie cool. Guck ich unbedingt haben. Aber dafür müsste nochmal ein Event kommen, was auch in der Richtung ist, dass man sich den mit Blutmarken holen kann. Mhm. Aber ob das nochmal passiert? Ja. Ich hab jetzt auch mal... Recyceln sie irgendwann bei Halloween-Events dann ihre alten Skins, dass sie noch... Ich hab jetzt auch mal die Windfeed-Zentenarium genommen. Nein. Ich hab die Ere hier. Die das nicht Sentinente lassen können, das hat sich besser gehört. Was ist da hinten? Ja, irgendwo. Oh hey, Graves, wir da. Zack, haben wir zwei Börse. Haben wir was? War zwei Börse. Ich und Dex hatten die erste Runde zwei Börse und sonst nur einen. Okay. Hat eben war zwar lustig als Fight, aber es waren halt alle da. Ist ja nicht Dings von uns noch ein Spawn? Äh, da ist einer. Ich hab da auch gerade... Da, da hinten... Da ist einer und auf der anderen Seite da ist einer. Nur mal so als Info, ich hab da gerade einen Ass gehört. Ob das der Zombie war, keine Ahnung. Da hab ich wirklich gerade einen Ass gehört. Ja. Halt das trotzdem lustig, wie Dex und ich da angekommen sind und die bekriegen sich da alle schon. Ich glaube, wir haben den Bugs mit... Den Bugs, den Bugs Bunny. Äh, den Bug mittlerweile gefixt, dass du nicht mehr One-Shot sterben kannst, weil... Warum auch immer? Ja, jetzt war es okay. Auf ins Gefängnis. Was ist das Problem, oder was? Warum drehst du dich hier um deinen... Nee, ich hab keinen Fett gehört, aber das war nur einmal auch wieder. Ich dachte, ich soll hier den Nacken... Nackenschelle geben. Was hast du jetzt für eine Warte, Dex? Was hast du jetzt für eine Warte? Die Henry... Warte, Martin, Henry... 1C1 oder IC1. IC. Nicht vergessen ist Einzerschuss, ne? Ja. Wie hat der gehabt, der der Charakter, den ich hier genommen habe? Die ist... Die ist gut. Die ist natürlich nicht schlecht. Das ist halt immer nur, du musst schnell auf deinen Revolver, oder halt deine Zweitwaffe wechseln. Das ist halt wie die Sparks, du nimmst das Ding, stießt, und wenn du drückst, wechselst du sofort und probest es noch hinten abzusetzen. Ja, ich glaube, ich habe nicht die richtige Waffe dafür. Ich habe nur noch eine Handarmbrust dazu bekommen. Doppel Einzerschuss. So, wann liegt denn das Fass so da drauf? Habe ich noch nie gesehen. Glaub ich, vor einer Weile. Ja? Och, nee. Mensch, kein Hick aufs. Ein Eventhinweis. Ist da hinten vielleicht ein Eventhinweis? Sagst du die... Äh... Dankeschön, Benni. Und dankeschön, Schnürchen. Für die Erwähnung, für die Erwähnung bei Twitch. Achso. Bei Twitter. Ja, bei... Bei... Bei Twitter, für Twitch. Für Twitch oder andersrum. Irgendwie das halt nicht. Also, ich fand die gut. Da ist es gleich mit. Ich fand das gut, einmal mit Profis. Mit sie. Ja. Wo ist denn das jetzt hier? Hast du schon Wund? Ne, der war da unten. Wo Grave den erschlagen hat. Achso. Der andere ist hier. Den können wir auch gleich mitnehmen. Müssen wir mit Profis. Ich wollte nur gucken, ob es vielleicht ein Eventhinweis ist. Einer von beiden ist. Wo ist denn hier los? Hammer, Axt und Schaufel. Alle nebeneinander. Wir müssen... Wir sind direkt beim Boss gespawnt gewesen. Hier können wir jetzt rücklaufen. Ja. Na toll. Wo kommen denn die Fliegenherz her? Achso, du siehst. Ja, glaube ich. Boah, ich hab gerade die Nackenhaare dessen mir hochgegangen. Oh, oh. Ich war ganz ehrlich, ich bin alle festgebackt. Haben wir eine Heilung hier? Ne. Aber Enten, die kannst du auch nehmen. Kurz praten bei 250 Grad für vier Stunden und dann geht das. Doch, falls mal schon. Doch. Hä, siehst. Haben wir uns jetzt nicht bemerkt, dass der Boss hier ist? Wir waren nicht nah genug dran. Wir sind ja direkt in die andere Richtung gelaufen. Wir sind ja zum Fort gelaufen statt hierher. Hier ist Geld. Oh, sorry. Nehmt euch. Lass mal sein. Jetzt ist es zu spät, jetzt kannst du das Geld auch nehmen. Ich hab's nicht bemerkt. Ich hab aber wieder den Ping nicht verstanden, den ihr dahin gepinkt habt. Ist noch keiner da? Boah. Zwei Heißen. Sicher? Ich hatte gerade eben Schüsse gehört hier. Ne, ne, es ist weiß. Also im Compound ist es keiner. Ja, wo ist er? Fieder direkt rein, haut ihn aufs Maul. Geh, kommt's Auto durch. Oh, das heilig ist. Das machst du gleich, wenn ich aus dem Auto komme. Ich hab's nicht verstanden. Ja, mal. Hallo Raffi! Aua! Ich bin schnell gekommen, aber ich muss das mal nicht auf. Ähm, deswegen habe ich mich nicht geheirt. Alles zufallen, mach ich mal. Ah, ich habe auf der Seite da und... Oh, hier ist noch ein Fenster. Nein, Brandzomi. Hast du nicht. Was ganz gut ist zu wissen, hier unten ist ein gelbes Fass. Das kann man nachher noch nutzen, wenn irgendjemand hier unten sein sollte und schon reingekommen ist durch irgendwas, kann man auch das gelbe Fass aktivieren durch Werfen von sonst was. Andere Themen werden wohl belagert. Also die anderen Trophäenträger. Okay, das ist schon alles von der Hive-Ladies. Kann gut, aber kann auch schlecht sein. Es kann teilweise durchgleich sehr viel Chaos hier haben. Ja, lieber Chaos und die haben auch Chaos im Kopf. Anstatt Langeweile. Ja. Okay, ist eine Heilung, schon gut. Die Sonne gucken, ob es mal scheiße ist. Können die von hier kommen? Ja, können sie irgendwie so nicht. Könnten aber hier rumlaufen. Aber ich habe irgendwie keine weiteren Pfeilen mehr gefunden zum Hinden-Dingsen. Ich habe auch keine. Ich muss mir raus, nach unten. Nach fort, um holtern. Wir laufen einfach im Kreis eigentlich nur. Wir starten und laufen genau da wieder zurück. Ich glaube, das andere Team versucht noch im Norden zu fliegen. Ich bin ganz so viel aggressiver wie gestern. Mal schauen. Noch sind wir nicht durch. Pferd? Wo? Die besten, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Die besten kann das nicht sein. Wir können ja von der anderen Seite ran. Wir haben ja schlicht und kommen. Ich bin da von Moses Geflüge so am Rand runter. Gibt es denn eine Munitionskiste eigentlich hier drin? Ja, ich glaube, ich habe hier irgendwie eine hier unten oder von der Seite gesehen, oder? Okay. Fuck. Hm. Die könnte aber auch hier oben rein, ne? Hier, hier an dieses Fenster, wo ich gerade bin, ne? Die eigentlich kann man rein. Ja, auf der anderen Seite nicht, aber hier. Hier habe ich keine Falle, also ich habe hier nichts geniegt. Also könnte das hier so ein bisschen, vielleicht ein bisschen problematischer werden. Wenn was kommen sollte. Immer erst mal vom Schlimmsten ausgehen. Da einer, da einer. Ja, habe ich es doch gehört. Nordwesten und Nordosten. Ich habe aber nur zwei gesehen, äh, Grave kann nochmal von der Willen nachgucken. Ja, Nordosten sind nur zwei. Einer ist hier im Nordosten, genau. Und einer ist im Nordwesten bis Westen. Nordwesten? Bis Westen. Westen, ja. Ja, eher Westen. Und unten läuft auch ein Zombie neben deiner. 330. So circa genau 330 ist, ja. Also im Tor will der sein. Ne, da gucke ich gerade hin. Nochmal? Du kannst du das nicht bangen, das Fenster. Ja, einer ist 335 und der andere ist 60. 60? Auf der anderen Seite? Ja, ja. Ja, eben Nordosten. Kann sein, dass er sich hier meistfeld verkrochen hat. Der eine. Ich gucke jetzt da nicht raus aus dem Fenster. Du kannst ja auch hier, du kannst ja auch diese Löcher hier zu... Ja, aber in Richtung Nord-Osten kann ich nicht. Huch! Wir wollen nach Süden weg. Ich habe jetzt halt ein bisschen Bedenken, wenn wir zu lange warten, kommt vielleicht das andere Team, was die anderen Trophäenträger da belagert hat, jetzt zu uns. Kann ich mir vorstellen. Könnte sein, ja. Wir können kämpfen. Also jetzt, das brauchst du. In Anführungszeichen sind es nur zwei. Ja. Das glaube ich irgendwie nicht. Zwei sind die immer noch da? Ja, so einer ist da. Der andere ist... 320. 35. Hast du sowas? Ja, wir müssen eigentlich eh nach Süden weg von dem her. Ich habe einfach nur mal geschossen, damit er auch bei 320 sich mal vielleicht ein bisschen bewegt. Der hockt da unten und rum, Weißfeld. Jetzt sind es drei. Wie, siehste. Norden, Nordosten und Südosten. Ich habe nur noch eine Sekunde. Ich glaube, ich auch. Ist er angekillt? Sehr schön. Ist er den Norden-Fuzzi? Weil du gerade Norden gesagt hast. Mhm. Und der ist genau öffentlich. Also der liegt hier mitten auf der Straße. Also mal gut aufpassen. Jetzt müssen die anderen sich ja bewegen vielleicht. Vielleicht gibt es ja Bewegung dann dort in das Ganze hier. Oh, Mann. Dass er sich immer bewegen muss, wenn man auf die Kamera guckt. Äh, auf die Karte guckt. Ich schaue noch einmal, Benni. Du hebst jetzt das am besten auf, oder? Ja. Ähm. Ja, die haben sich nicht bewegt. Nordosten und Südosten. Das Ziel von mir ist, wir haben ja gerade den Boss gekillt. Und der Boss, der droppt dann... Das ist Nordosten, Südosten. ...Atefakte? Ja. Ähm. Ja, hat man sich... Nicht Atefakte, wie heißt das denn noch mal? Ähm. Wo, Mann? Worauf schießt die? Die Arme in dem Zaun. Zwei Hits hat er gekriegt, oder? Wie hast denn die Dinger noch mal ein bisschen was gebrochen? Der kommt mit der Schottkant reingerannt. Mh. Das ist mit der Schottkant, wir sind mir einfach ins Gesicht gesprungen, ey. Oh, ich muss nur nachladen, ja, ich muss vergessen. Na, dankeschön. Das war der. Da kommt einer von draußen. Ich schmeiß sie rein. Der schmeißt. Kannst du mich hochheben vielleicht, ja? Boah. Du hast ein Kind, ey. Oh, die Hivele, die sind akkur auf dir. Kannst du noch gucken? Ja, ich habe mir eine Sekunde gehört. Einer ist direkt hier. Was? Ich habe es natürlich durchgesehen. Oh, ich zünd' den jetzt auch an. Oh, einer ist auch drin. Ja, hier drin. Zoll. Noch einer ist drin, der kommt mit der Schottkantre, glaube ich. Ab. Was? Ja. Ich habe noch einen gehört. Yes. Oh. Aufblende. Einen. Brown King hat der. Ist das alle tot? Ja, der hat uns alle geholt. Ey, wie haben die jetzt drei noch? Wir haben doch alle drei im Leben gerade. Der eine mit der Schottkantre, den letzten, oder was? Ja, ja, die Browning King, die ist halt Autoshottkantre. Da ist nichts mit nachladen. Aber das war nicht das eine Team, das war noch ein anderes Team, ne? Ja, das waren 100 Profis, die bei dem anderen waren. Aha. In einem anderen Team. Wir hätten da früher was tun sollen, eben so lange gewartet. Ich muss aber ganz ehrlich sagen. Waren es zwei und plötzlich waren es fünf. Äh, ich habe aus diesem, aus dem Set gelernt, das Set war ganz, ganz schlecht. Mit der, mit der Armbrust habe ich da geschossen und hatte dann überhaupt nichts mehr dann gerade in der Hand. Ich wohl konnte nicht beschießen. Nee, also wenn, wenn du eine Einzelschuss-Hauptwaffe hast, brauchst du irgendwas, was halt mehr Schuss ist. Ja, der, der, äh, der Charakter, den ich, äh, der Billy-Charakter, den ich gekauft habe und genommen habe, der hatte das schon bei sich gehabt. Deswegen habe ich den genommen. Okay, aber ich nehme es einfach wieder mein Load aus. Weil sowas dann am besten immer noch irgendwie, keine Ahnung, einen billigen Revolver einfach mit reinkommen, in Scottfield oder so. Hauptsache du hast noch was zum Nachsetzen halt. Mal die Sparks. Nehmen wir jetzt mal so ein bisschen Nahkampf. Ja, wenn wir mal auf den Sack geklickt haben, dann in Nahkampf. Habe ich so das Gefühl. Es war halt, zwei Typen hatten bei denen eine Shotgun. Der erste, der da einfach so an mir vorbeigerannt ist und mir einen Headshot mit der Shotgun gegeben hat. Und dann jetzt der, der uns alle drei untereinander weggeholt hat. Der hat halt die bessere Shotgun, weil die hat, glaube ich, fünf Schuss im Magazin. Und die ist halt auf der Entfernung, wo der uns erschossen hat, ist die halt tödlich. Ja, na, gute Nacht. Hallo Flux. Wie heißt das nochmal, wie man die Dinger, die man aufnimmt beim Boss? Profän. Profän. Ich bin manchmal nur bei Artefakten in dem Kopf, ey. Immer arg gestört. Da ist er arg gestört. Mach das arg weg, dann stimmt's. Keine Antwort. Wir haben erst eine Runde gewonnen, ne, Benni? Mhm. Nicht gut. Ja, was heißt gewonnen? Da haben wir auch nicht mal die Trophäe gehabt. Da haben wir zwei Kills gemacht, also noch lebend rausgekommen. Aber gut. Auch mich kann ich recht geben. Wir hätten früher was tun müssen, da gerade eben. Ja, es waren nur zwei, wir haben vor lange gewartet. Aber es sind drei am Ende gewesen. Das war doch der dritte. Es waren fünf Decks. Da kam noch ein Dreier-Team dazu. Ja, aber ich glaube, diese zwei, die wir am Anfang gesehen haben, das war ein dritter, den wir nun nicht gesehen haben, der vielleicht aus der Range war, oder? Ja, aber wir hätten trotzdem mehr drin. Kann, muss aber nicht. Kann auch sein, dass es nur ein Duo ist. Ich glaube, es waren jetzt alles Dreier-Teams. Aber ich weiß nicht. Ich bin eher dafür, dann lieber im Haus zu verteidigen, anstatt wieder rauszurennen. Ja, aber wenn du keine Schrotflinten hast und dann im Haus verteidigen. Ach, du wusstest ja... Ach so, ja, okay. Aber wir haben ja auch gut rausgeschossen, also wäre jetzt auch kein Problem gewesen. Ja, aber du hast ja gemerkt, sobald die drin waren, war vorbei. Ja, aber wir wussten jetzt nicht, dass die... Die hätten ja auch ein Sniper-Gewehr haben können oder so. Musste jetzt nicht sein, dass die Schottgans haben. Aber sobald, also sobald sie drin waren, war vorbei. Musste halt aber immer mit rechnen, ne? Wir hätten uns wenigstens aufteilen müssen, ein bisschen anders noch, keine Ahnung. Außenverteidigen ist schwierig. Wenn es einmal geschafft ist, das zu durchbrechen, dann ist es halt vorbei. Ja, aber... Könnte auch positiv über uns was gehen. Kann, das kann bei jedem Fall. Aber wir haben ja die ersten nie aufgehalten. Aber dann plötzlich kommt das zweite Team ja noch dazu. Ja, ja, das war halt das Problem. Ja, genau, das ist mein Ding. Hättet einfach früher anders tun sollen. Gegen die. Oh, nur ein Bus. Spaß. Hey. Bei Gaul. Gemeinde, offene Flächen. Jetzt krieg ich den Hinweis, wenn wir verloren haben, oder was? Ja. Arschloch, spiel nicht. Das Spiel denkt halt jetzt wieder... Habts gehört? Ja, ja. Aber was war das? Das war hier, oder nicht? Ja, jemand hat was mit Feuer. Was hinter uns? War eher Richtung Norden. Ich meine, das wäre auch Richtung Norden. Ja, Nord, Nord-West. Da, dann vielleicht. Jetzt nicht, wo hier vorm noch was ist. Das, das, äh, das finde ich, muss ich mal ganz ehrlich sagen, bei den Pros, wenn ich ins Team mal zugucke, die hören immer, immer von wo irgendwas kommt. Ja, manchmal habe ich total georientiert. Auch sämtliche Waffen. Bitte? Ja, wir sind auch sämtliche Waffen. Ja, ist ja unglaublich. Guck mal, wir haben uns ja alle jetzt im Kreis gedreht. Der eine sagt Norden, der andere sagt Nordwesten, der andere sagt Süden. Also, keiner weiß, wo es wirklich... Ich finde irgendwie auch, der Sound ist zurzeit ein bisschen seltsam. Mhm. Du hast es doch vorhin wieder bei der Sparks mit dem Scheigedämpfen mitbekommen. Ja, ja. Das ist ein bisschen... Achtung, ich lege hier draußen eine Falle, ey. Achtung, ich lege hier hinten. Achtung, du hast es auch direkt nach hier. Dann wissen wir schon mal, wo der Boss ist. Aber nicht im Gefängnis, das ist alles gut. Nee, nee. Das wäre jetzt schon angezeigt, nachdem ich den einen da aufgerufen hab. Au. Nee, doch, ich auch. und der boss ist ja endlich wieder shopping klick einfach bei randamigo fallen okay sind hunde richtung westen waren krähen die da vorne kommen noch nicht die sollten wir auflassen das sind sechs oder so das war ganz ganz komisch diesen immer gesprungen diesen zurückgesprungen und dann nach vorne dabei also so ganz ganz kombination so gehört dass ich gesagt habe dass da krähen waren wichtig ist ja 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 gesagt habe dass ich ja ich bin nicht dass der weise werden ist doch es ist heute nicht die däne nicht du hast wieder rausgeploppt hätte ich rausgekippt hier schicken wir unternehmen ja das wäre nett ist noch wir haben die spinne warum müssen wir immer den boss machen war irgendwie drauf aus wir haben den krähen schnabel die netten spiele die wir gespielt haben waren immer die die verteidigen mussten ich hab mich getroffen ich hab mich getroffen oder hast du mich getroffen ich hab dich getroffen was für ein blut und mit haxt ja ich bin der stoß ich bin der stoß ich bin der stoß ich bin der lobe ich erlaub das mal raus fuck weißt du hat jemand eine heilung irgendwo gesehen ne gerade nicht ist da hinten vielleicht ne die das ist die weil die vollsteche vielteilung ab so ich hab gerade direkt gegen die blöde spiele gekämpft wir haben keine ausdauern Ist es normal, dass so ein ganzes Rudel sich gleichzeitig in eine Richtung bewegt? Brauch fahren langsam oder schnell? Langsam. Langsam. Ja, das ist normal. Die laufen immer so. Oh wow. Ich bin an dir fest. Also bevor du lootest, ne? Ja. Du darfst. Dankeschön, bitte voll. Ich muss mal ganz kurz fallerieren. Falleri, fallera, fallera. Also es ist doch schon wieder viel zu ruhig. Oh, Hunde gehen ab. Instant, instant, da. Die Hunde da unten. Die sind doch direkt angezündet worden. Hat der gerade jemand geschossen? Ja, ich lege vor den Aufzug an der Hände. Hast du gemacht? Ja? Ja. Ja. Hat doch schon wieder die falschen Wachter. Hier unten, hier unten, am Wasser läuft einer. Wo kann ich noch was fallerieren? Äh, hier. Das Tor habe ich doppelt falleriert. Ja. Hier ist so. Wolltest du nicht? Da soll ich was fallerieren? Ja, ja. Weil ich glaube, die 100 Pro Probe durchzukommen. Ja. Da mache ich ihm komplett zu. Ich habe hier noch das Draht. Da kommt sie schon. Da hebt ihr das auf. Da kommt sie schon. Naja. Ja. Das ist halt ein Boss, ne? Ja. Also hier ist Gott er noch reingegangen. Vielleicht ganz kurz, bis er ganz kurz zu sehen ist. Vielleicht gibt's nen Lucky Shot. Meine Romero ist irgendwie buggy. Kann ich richtig mit erzielen. Ich bleibs. Hat irgendeiner in Chat geschrieben. Schau mal, liar. Wir müssen mal den Haupteingang ein bisschen gucken. Die Falle von mir können sie ja zumachen. Äh, abmachen. Kaputt machen. Und dann sind sie drin hier. Hier könnte ich das Riesending machen. Soll ich das mal machen? Ja. Da wird es sogar leer. Oh, hier ist es. Auf jeden Fall. Okay. Ebenzustand direkt hochfüllen. Ja. 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 Ich, dass hier einer Schlange hat. Ach schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Er kommt durchs Fenster. Eins, zwei, drei. Ich wurde mit der Shotgun erschossen durchs Fenster. Ey, ich krieg's kotzen. Die Shotguns. Das geht mir so umsack. Wir sind aber auch immer die ersten, die unbedingt in den Boss legen müssen. Weil wir immer da sind. Da ist das Fenster. Jetzt haben sie mich angezündet. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Okay, gut. Das ist einfach nicht funktioniert. Das Fenster da. Ist ein Pest. Das ist mal wieder. Boah, ne. Beschossen. Ich bin einmal gefasst. Ey, Mann! Das wird jetzt EKF-feuer werden. Ach du Scheine. Da kommt noch ein Team. Ist egal, ist egal. Uns von Norden. Es wird gelöscht durch dein Dings. Vorsicht. Wir laufen hier rum. Aufsicht gegen den Fenster hier. Wenn der... Ach, Mann. Es macht keinen Spaß mit diesem Fakt. Links. Shotgun. Mixer nicht. Immer Shotgunschüsse, ne? Wo war denn? Da links. Rechts von dir. Fest war's. Kommt von links. Was? Das ist auch noch drinnen. Ja, ja. Okay, Hasschen. Mach die... Mach die Tür am besten zu. Oh, da hab ich dich gesehen. Wieder raus können. Ach, Mann. Ich geh heil. Oh, wow. Wieder der Pester. Jetzt. Aber es war grad echt mega dunkel da drin. Wow. Ich hab doch nachgeladen. Warte. Boah. Das war viel zu viel, ey. Was ist denn heute los, ey? Wir können nicht immer drinnen bleiben. Das geht nicht mehr. Die war schon so noch zu Tode. Also ich bestehe darauf, wir machen nicht als nächstes den Boss als erstes. War das erste? War der einzige Boss, ne? Oder? Ja. Ah, das ist klar. Wir haben die ganze Horde da draußen. Ja, eben. Das hab ich auch gesagt, warum wir den jetzt als erstes machen. Warum wir den jetzt machen müssen, unbedingt. Warum willst du jetzt warten, bis die anderen kommen? Die werden so da hochgekommen. Also da hättest du auch nicht lang warten müssen. Die waren ja... Wir haben den gemacht und der war... Die waren ja schon... Ja, die waren ziemlich schnell da. Ach, Mann! Und wir sind halt... Ja. Wir gehen da halt immer rein, verteidigen und alle haben irgendwie nur einen Fernkampf.